Der Vortrag heißt die Politisierung der Intimität, muslimische Geschlechts- und Sexualitätskonzepte und ihre postkolonialen Transformationen. Wir beginnen mit einem Blick auf die Gegenwart. Jetzt bin ich in einer Situation. Ah, doch, jetzt funktioniert es. Wir beginnen mit einem Blick auf die Gegenwart. Und diese ist natürlich im Moment problembehaftet. In den letzten Jahren sind in vielen mehrheitlich muslimischen Gesellschaften zu beobachten, dass staatliche wie auch nicht staatliche Verfolgung von sexuellen geschlechtlichen Minderheiten zunehmen. In vielen dieser Gesellschaften erfahren Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität, ihres Geschlechtsausdrucks oder ihrer Geschlechtsmerkmale besondere Diskriminierung und Kriminalisierung. Die politische Arbeit wird vor allem massiv unterdrückt. Wenn Sie sich hier die Karte anschauen von der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organisation ILGA, wird schon sehr deutlich, dass es vor allem im Moment muslimische Gesellschaften sind, wie Iran, Jemen, Sudan oder Saudi-Arabien, in denen auf gleichgeschlechtlichen, auch einvernehmlichen Sex nicht nur die Todesstrafe steht, sondern diese auch immer wieder vollstreckt wird. Begründet werden diese Verfolgungen und Repressionen oft heute mit dem Islam. Die Vorstellung, dass der Koran eine Vielfalt von Geschlechtern und Lebensformen jenseits heteronormativer Geschlechterordnungen ablehne, sind heute in muslimischen Gesellschaften weit verbreitet. Auch in Ländern wie der Türkei und Ägypten, in denen zum Beispiel gleichgeschlechtliche, sexuelle Handlungen offiziell nicht verboten sind, werden Paragrafen zur Aufrechterhaltung öffentlicher Moral oder sicherheitspolitische Bedenken vorgeschoben, um lesbische, schwule, bi, trans, inter oder queere Menschen, also ich werde jetzt auch in Zukunft dann Vortrag immer LSBTIQ Plus verwenden, zu verfolgen oder zu unterdrücken. Also jetzt auch gerade vor kurzem wurde jetzt die Tage der Istanbul Pride wieder verboten oder der Ankara Pride wurde verboten. Unter dem Deckmantel der Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung wurde eben, jetzt hatte ich gerade schon gesagt, der Istanbul Pride verboten. Ebenfalls in der Türkei hat zum Beispiel vor kurzem Netflix die Produktion einer Serie zurückgezogen, in der einer der Charaktere hätte schwul sein sollen. Die Türkei ist ebenfalls gerade aus der Istanbul-Konvention ausgetreten, eigentlich einer sehr umfassenden Konvention, die die Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt im Blick hat und dagegen vorgehen möchte, also dass sich Staaten verpflichtet haben, gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen und auch durch verbindliche Rechtsnormen Gewalt gegen Frauen unterbinden möchte. Die Begründung der Türkei für den Ausstieg war, das Abkommen werde von einer Gruppe von Menschen dazu benutzt, um Homosexualität zu normalisieren. Also hier sieht man auch, das ist jetzt nicht nur, dass ein Pride verboten wird, sondern da steckt eine größere Strategie dahinter. Mindestens ebenso erdrückend wie staatliche Repressionen wirken, gesellschaftliche Geschlechternormen und die damit in Verbindung stehen in Form familiärer Gewalt. Und der Druck, Gender-Stereotype, Erwartungen an Männlichkeit oder Weiblichkeit zu erfüllen, ist enorm. Und man sieht zum Beispiel hier auch in Ägypten das Schwenken der Regenbogenflagge, die mittlerweile international, also es ist ein Prozess, dass es auch zu einem internationalen Symbol wird, internationalen Symbol der Bürgerinnenrechtsbewegung queerer Menschen und von LSBTQ-Menschen hat in Ägypten. Und zwar sind jetzt diese beiden Fotos von einem Konzert der libanesischen Band Mashroo Leila 2017. Mashroo Leila haben einen queeren Liedsänger, Hamed Zinno, der auch queere Texte in seinen Songs hat auf Arabisch und die aber gleichzeitig als Indie-Band sehr, sehr, sehr erfolgreich sind in arabischen Gesellschaften. Und ein Konzert in Ägypten vor Zehntausenden von Menschen, bei denen eben dann die Regenbogenflaggen und das sind jetzt beides Fotos von dem Konzert gehisst wurden, hat dazu geführt, dass es ganz massive Verfolgungen gab. Und zwar nicht nur gegen die Menschen, die diese Fahnen geschwenkt haben, sondern auch ein Crackdown auf Dating-Apps, zum Beispiel Grindr. Man hat massiv AktivistInnen verfolgt, systematisch, also man hat auch ihre Handydaten ausgelesen und FreundInnen dieser AktivistInnen verfolgt, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Hunderte von LSBTQ-ÄgypterInnen dann auch nach Europa fliehen mussten. Viele davon leben jetzt auch hier als Geflüchtete in Deutschland. LSBTQ-Plus-Bewegungen gelten in diesen Debatten sehr schnell als Kulturemport aus dem Westen, also eine Form des Neokolonialismus. Autoritäre Führer von Tschetschenien bis Ägypten machen es sich zur Aufgabe, die sogenannte lokale oder eigene muslimische Kultur vor dem dekadenten Einfluss des Westens zu verteidigen. Auch in Ägypten und in den USA, Entschuldigung, auch in Europa und in den USA wird das in dieser Form oft debattiert, aber unter anderen Vorzeichen. Spätestens seit dem Anschlag, wir hatten jetzt ja gerade fünfjähriges Erinnerung an den Anschlag in Orlando vor fünf Jahren, in dem der Klopals attackiert wurde, 50 Menschen ums Leben kamen. Täter war ein Mann, der vorher dem islamischen Staat die Treue geschworen hat. Diese Attacke 2016 hat eben auch dazu geführt, dass man in den USA, aber auch sehr stark in Europa begonnen hat, das Verhältnis von Islam zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt intensiv zu diskutieren. Der Klopals wurde eben jetzt gerade zu einem nationalen Gedenkort erklärt. Hier sieht man auch das Foto von Präsident Joe Biden letzte Woche, als er es eben dann den Klop dann auch zum Gedenkort erklärt hat. Und in Deutschland hat diese Attacke auch massive Auswirkungen. Wurde auch benutzt von der AfD zum Beispiel, der ehemalige Chefredakteur, der vor allem an Schwule gerichteten Monatszeitschrift Männer, David Berger, der zeitweise später dann auch Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung war. Aber auch zum Beispiel Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel haben den Anschlag benutzt, um vor der Gefahr von MigrantInnen aus muslimischen Gesellschaften auch für deutsche LSBTIQ-Menschen zu warnen. Für die Historikerin Yasemin Schumann ist der Vorwurf, einer dem Islam inhärenten Homo- und Transfeindlichkeit und einem dem Islam eigenen repressiven Verständnis von Geschlechterrollen konstitutives Element. Und ich habe ja auch gerade schon gehört, Sie hatten einen Vortrag zu antimuslimischem Rassismus jetzt gerade kürzlich. Es ist ein konstitutives Element für antimuslimische Diskurse in westlichen Gesellschaften. Menschenrechtliche Fortschritte in westlichen Gesellschaften werden genutzt, also und zwar gerade eben Fortschritte in den letzten beiden Generationen, um die eigene moralische und zivilisatorische Überlegenheit des Westens im Verhältnis zu außereuropäischen Gesellschaften zu bekräftigen. Schumann führt aus, weiße christliche und atheistische EuropäerInnen hätten demnach das Ideal der Geschlechtergerechtigkeit, eine anti-heteronormative Gesinnung sowie andere Menschenrechtsnormen als Angehörige der westlichen Kultur quasi per Geburt verinnerlicht. Also diese Vorstellung, der Westen ist liberal gegen die homo- und transfeindliche islamische Welt. Das Verhältnis von Islam und LSBTIQ plus Menschen hat auch in Europa Einfluss auf die Art und Weise, wie wir über Menschenrechte sprechen. Hier auch ein Zitat dazu von einem arabischen queeren Schriftsteller, Salim Haddad, der mit Blick auf arabische Queers schreibt, Queere arabische Körper sind zum Kampfplatz eines wesentlich größeren Konflikts geworden. Es ist kein Geheimnis, schreibt er, dass sowohl liberale wie auch konservative Kreise in Nordamerika und Europa seit dem 11. September 2001 das Fähnchen von Frauenrechten und zum Teil auch von LSBTIQ plus Rechten schwenken, um in ihren Gesellschaften Unterstützung für die Kriege im Nahen Osten zu erhalten. Bilder und Geschichten unterdrückter afghanischer Frauen legitimierten 2001 den Ruf zu den Waffen, um die aktuelleren Bilder, und die aktuelleren Bilder des IS, der schwule Männer von Hochausgleichern warf und jesidische Frauen versklavte, befeuerte die Intervention in Syrien. Queere AraberInnen sehen sich mit zwei Kämpfen gleichzeitig konfrontiert. Sie müssen die Mächte der Unterdrückung in ihren eigenen Gesellschaften bekämpfen und gleichzeitig gegen ein globales Narrativ vorgehen, das unsere Unterdrückung, also unsere im Sinne von die der queeren AraberInnen, zur Erreichung militärischer oder politischer Ziele instrumentalisiert. Der Backlash gegen LSBTIQ plus in vielen muslimischen Gesellschaften hat nicht nur zufolge, dass Gesetze verschärft und Communities marginalisiert werden. Er führt auch dazu, dass der Umgang mit Sexualität und Geschlecht in vorkolonialen muslimischen Gesellschaften eine politische Dimension erhalten. Also die Frage, seit wann befinden sich muslimische Gesellschaften in einer Konfliktsituation mit Blick auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. In den letzten 15 Jahren hat eine Reihe von ForscherInnen, und ich werde heute das Zusammenstellen, Forschungsergebnisse in diesem Themenfeld, begonnen, dieses Verhältnis genauer zu beleuchten. Und ebenso die Transformation von Sexualität und Geschlecht unter den Vorzeichen von Kolonialismus, europäischer medizinischer Wissenssysteme und christlicher Missionen aufzuarbeiten. Diese Forschungsergebnisse, die ich Ihnen heute Abend vorstellen werde, erfahren eine breite, zunehmend breitere gesellschaftliche und auch religiöse Rezeption. Das spielt auch immer mehr, diese Forschungsergebnisse spielen auch eine große Rolle für queere MuslimInnen selbst, die sich auseinandersetzen mit dem eigenen Erbe mit Blick auf Sexualität und Geschlecht. Mein Vortrag möchte auf Basis dieser Untersuchungen und Debatten skizzieren, wie ein Blick, der neben der Dimension islamischer Normen lehren, also nicht nur, was sagt der Koran, sondern auch die Rechtspraxis und die soziale Realität in muslimischen Gesellschaften in den Blick nimmt und auch die Alltagskultur im Umgang mit Sexualität und Geschlecht mit einbezieht, einen neuen Zugang zu diesem Themenfeld eröffnen kann. Gleich zu Beginn steigen wir aber ein, doch mit dem Koran. Gleich zu Beginn seiner Studie Before Homosexuality in the Arab-Islamic World hält Harvard-Professor Khaled Al-Wahhab fest, dass islamische Kulturen kein Konzept von Homosexualität kannten, das unserem heutigen vergleichbar sei. Auch in Europa übrigens ist der Begriff Homosexualität kein alter Begriff, kein Begriff, der vor dem 19. Jahrhundert verwendet wurde. Der deutsche Begriff Homosexualität wurde erst in den 1860er Jahren geprägt. Also erst ab den 1860er Jahren sprechen wir von Homosexualität, auch von der Verquickung von einer sexuellen Praxis und einer Identität, dass es eine Aussage trifft über Sexualität als Ganzes. Und wir werden jetzt auch im Folgenden diskutieren, seit wann können wir denn überhaupt von Sexualität sprechen. Identitätspolitische Zuschreibungen und Kategorien wie homosexuell, aber auch schwul, lesbisch, trans lassen sich auf muslimische Gesellschaften der Vergangenheit nur schwer übertragen. Aber steigen wir mit dem Koran ein. Was erlaubt der Koran und was verbietet der Koran in Mitblick auf Sex? Also welcher Sex ist erlaubt und welcher Sex ist verboten? Laut dem Islamwissenschaftler Andreas Ismail Mohr spielt im Koran, wenn wir uns anschauen, wann das Thema von Sex zwischen Menschen gleichen Geschlechts thematisiert wird, spielt vor allem die Lot-Geschichte eine zentrale Rolle. Lot im Koran wird heute immer noch von vielen islamischen Gelehrten als Argument gegen Homosexualität herangezogen. Lot tritt im Koran als Gesandter und Warner auf und wirft den Männern seines Volkes vor, das heißt den Leuten von Sodom, die eigenen Ehegattinnen zu vernachlässigen und sich Männern in aggressiver Weise begehrlich zu nähern. Eine Schandbarkeit oder Abscheulichkeit, wie es kommentiert wird, und ein Vergehen, das keiner in der Welt zuvor begangen habe. Religiöse Autoritäten im Islam argumentierten darauf aufbauend, Gott habe diese Städte, also Sodom und Gomorra, aufgrund sexueller Grenzüberschreitungen zwischen Männern zerstört. Sexuelle Handlungen zwischen Frauen, jetzt wird es schon spannend, werden in dieser Geschichte nicht erwähnt. Gleichzeitig spiegelt der Koran als Text der Spätantike, und da haben wir ja schon ein gegenläufiges Bild, auch das hellenistische Erbe einer Faszination für die Schönheit männlicher Jugend wieder. Die koranischen Paradiesbeschreibungen, also wenn Sie die kennen, wird ja auch immer wieder im Kontext von Terrorismus zum Beispiel zitiert, dass Terroristen jungen Frauen im Paradies versprochen werden, aber eben nicht nur Jungfrauen, sondern auch niemals alternde und unsterbliche Jünglinge, die als Dienerschaft das Paradies bevölkern. Das ist auch ein ganz altes hellenistisches Bild, das auch im Islam eine große Rolle spielt, die Faszination für junge Männer. Dazu werde ich auch später noch mal mehr sagen. Neben dem Koran gelten die Hadithe, Aussagen und Beschreibungen von Taten, die Muhammad zugeschrieben werden, als zweite zentrale islamische Rechtsquelle. Das heißt, wir haben als erste Rechtsquelle den Koran, als zweite Rechtsquelle die Hadithe, eben die Aussagen und Beschreibungen von Taten des Propheten Muhammad. Auch unter den Hadithen finden sich Muhammad zugeschriebene Aussprüche, in denen er die Handlung von Luts Volk verdammt und ihre Steinigung gebietet. Auch hier wieder haben sich Islamwissenschaftler intensiv mit diesen Quellen mit Blick auf gleichgeschlechtlichen Sex auseinandergesetzt. Und auch hier ist die theologische Situation umstritten, vor allem deswegen, weil diese Hadithe, diese Aussprüche in den zwei bedeutendsten und zuverlässigsten Hadithwerken von Al-Bukhari und von Muslim, beide aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, nicht aufgenommen wurden und damit als nicht ganz gesichert gelten. Insofern sind sie keine vollwertige Rechtsquelle, auf der man Rechtsurteile aufbauen kann. Weil die islamische Rechtsfindung geht so vor, dass man den Koran nimmt und die Hadithe und auf Basis von Koran und Hadithen eben nach einer bestimmten Form der Rechtsfindung dann islamisches Recht ableiten kann. Die islamische Rechtslehre vereindeutigt aber trotz dieser Unschärfen sowohl im Koran als auch in den Hadithen eine Position. Das heißt, die vier großen Rechtsschulen des sunnitischen Islam sind sich einig. Lewat, das ist ein arabischer Begriff, der mit Lot in Verbindung steht, also das, was das Volk Lods getan hat, Lewat zwischen Männern, stellt ein schweres Verbrechen dar. Was ist Lewat? Genau. Also ist das Homosexualität? Nein, ist es nicht. Ähnlich des mittlerweile veralteten Begriffs der Sodomie, auch Sodomie steht eben im Zusammenhang das, was die Menschen in Sodom gemacht haben. Wie zieht sich der Begriff Lewat auf die koranische Loterzählung? Al-Ruahab, der sich genau nochmal diese Rechtsquellen im 8. und 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert angeschaut hat, belegt in seiner bereits erwähnten Studie Before Homosexuality in the Arab Islamic World, dass dieser Begriff Lewat penetrativen Analverkehr beschreibe. Das heißt, islamische Rechtsgelehrte sind der Überzeugung, dass dieser spezifische Akt analer Penetration eine verdammenswerte Sünde darstellt. Gleichzeitig gehen aber islamische Rechtstexte mit anderen intimen Handlungen zwischen Männern wesentlich großzügiger um. Diese fielen nicht unter ihr Verständnis von Lewat. Also wir sehen hier, es wird nicht Homosexualität als Ganzes verfolgt, sondern das islamische Recht beschäftigt sich mit ganz bestimmten, erlaubten und verbotenen sexuellen Handlungen. Und die Penetration von Männern durch Männer gilt als Verbrechen im islamischen Recht. Viele andere Handlungen aber eben nicht, sondern wirklich spezifisch penetrative Handlungen. Diese anderen intimen Handlungen zwischen Männern werden zum Beispiel weit weniger bestraft als vergleichbare Akte zwischen Männern und Frauen, die nicht zum Beispiel im Kontext der Ehe oder anderer erlaubter Rechtsrahmen stattfinden. Nicht penetrative sexuelle Handlungen zwischen Frauen spielen im islamischen Recht eine noch geringere Rolle. Der Münsteraner Islamwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Bauer meint hier auch, man sieht im islamischen Recht an, dass es ein patriarchal geprägtes Recht ist, dass es ein Recht ist, das von Männern geschrieben wurde. Und insofern allein die Vorstellung, dass das, was Frauen tun, in irgendeiner Weise etwas mit Sex zu tun haben könnte, also wenn kein Penis eine Rolle spielt, dann ist es auch nicht so schlimm. Insofern werden sexuelle Handlungen zwischen Frauen wesentlich seltener thematisiert und auch geringer bestraft. Daneben zogen muslimische Gesellschaften vor dem Kolonialismus eine klare Grenze zwischen sexueller Lust auf der einen und gleichgeschlechtlicher Schwärmerei und Liebe auf der anderen Seite. Das werden wir später auch noch mal weiter ausführen. Also vor allem diese Schwärmerei konnte offen zur Schau gestellt werden. Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, das islamische Recht verbietet penetrativen Analverkehr, ist natürlich die nächste Frage. Und wie wurde das verfolgt? Was hatte das für Konsequenzen? Und hier kommen wir jetzt eben zu dieser Ebene der islamischen Rechtspraxis. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Verurteilung, auch penetrative Handlung, scheiterte an einer hohen Hürde. Das klassische islamische Recht ist ein Zeugenrecht. Das heißt, es verlangt entweder ein Geständnis der Beteiligten oder eine Aussage mehrerer Zeugen, um übrigens gegen wie gleichgeschlechtlichen unerlaubten Sex bezeugen zu können. Die Zeugen müssen den widerrechtlichen Geschlechtsverkehr in allen Einzelheiten unzweifelhaft beobachtet haben. Gleichzeitig werden an die ZeugInnen hohe, vor allem sind es aber Zeugen, weil das muslimische Zeugenrecht sehr stark nochmal zwischen dem Leumund von Männern und Frauen unterscheidet, werden an die vor allem Zeugen hohe Ansprüche gestellt, unter anderem, was ihren Leumund betrifft. Auf Falschbeschuldigung standen harte Strafen. Eine Verurteilung verbotener sexueller Handlung im nichtöffentlichen Raum, das heißt im privaten Kontext, wurde damit fast verunmöglicht. Und Professor Bauer von der Universität Münster hat sich sehr intensiv mit diesen Gerichtsurteilen beschäftigt, also hier arabischsprachigen Gerichtsurteilen in den Jahren von ca. 850 bis ins 18. Jahrhundert und kann kaum Verurteilungen nachweisen von Männern, die aufgrund gleichgeschlechtlicher, freiwilliger, konsensualer, gleichgeschlechtlicher Handlungen verurteilt wurden. Das heißt, wir haben zum Beispiel Fälle von Vergewaltigung, in denen ein Mann einen anderen Mann vergewaltigt haben soll. Wir haben aber kaum Verurteilungen, die Männer verurteilen, die konsensualen Sex miteinander hatten. Übrigens auch spannend, wir haben kaum Urteile, also wir haben eine ganze Flut von islamischen Rechtsdokumenten, ja, also auch von Rechtsurteilen in Bezug auf alle möglichen Fälle, aber zum Beispiel haben wir auch kaum Verurteilungen von gegengeschlechtlichen einvernehmlichen Sexualhandlungen. Das heißt, wir haben diese berühmte mittelalterliche Steinigung, von der immer gesprochen wird, ist tatsächlich für das Mittelalter kaum belegt, weil das islamische Recht als Zeugenrecht es kaum möglich macht, das zu ahnden. Und zwar, weil eben diese Zeugen nicht nur einen Leumund, einen unbefleckten Leumund haben müssen. Das heißt, sie müssen über alle Zweifel erhaben sein. Sie dürfen sich selbst niemals etwas zu Schulden kommen haben lassen. Sie müssen eben auch frei sein. Es dürfen keine Sklavinnen sein. Es müssen, also vor allem vor Gericht, wiegt die Aussage freier muslimischer Männer. Alle anderen ZeugInnen, also auch Frauen, SklavInnen, auch JüdInnen und ChristInnen hatten einen wesentlich geringeren Leumund. Und also diese Zeugenschaft war noch unbrauchbarer vor Gericht wie die eines freien muslimischen Mannes. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil wir uns natürlich in so einem Spannungsfeld befinden, dass auf der einen Seite die islamische Normenlehre jahrhundertelang etwas kriminalisiert hat, aber in der Praxis, also die islamischen Richter, das nie verurteilt haben. Und genau in dieser Spannung befinden wir uns. In dieser Spannung konnten sich dann auch gleichgeschlechtliche Lebenswelten in muslimischen Gesellschaften haben ihren Platz gefunden. Ich werde jetzt auch noch ausführen, dass sie eben auch sehr, sehr, sehr sichtbar waren. Wenn wir uns von der Ebene religiöser Norm abwenden und hin zum Alltagsleben in klassisch muslimischer Zeit, ist natürlich die Frage relevant, über welche historische Quellen verfügen wir zu dem Thema? Wessen Blick spiegeln diese Quellen wieder? Welche Positionen sind repräsentiert? Welche sind unterrepräsentiert? Und wie standen diese unterschiedlichen sozialen Rollen und Positionierungen miteinander in Beziehungen? Auf den ersten Blick scheinen das islamische Recht und die erotische Alltagskultur sehr weit auseinander zu liegen. Gegen islamische Rechtstexte mit gleichgeschlechtlichem, penetrativen Sex hart ins Gericht verfügen wir auf der anderen Seite, und das ist eine ebenso sehr, sehr, sehr interessante Quelle, über Zehntausende von Gedichten auf Arabisch, auf Persisch, Urdu, in anderen Sprachen, die homoerotische Handlungen beschreiben, Gefühlswelten beschreiben, und zwar meist nicht nur verfasst von professionellen Poeten, sondern auch von männlichen Angehörigen, oft urbaner Mittel- und Oberschichten, darunter auch spannenderweise viele islamische Gelehrte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein erstes Gedicht mitgebracht von Abu Nuwas, einem sehr bedeutenden Weinpoeten, und das ist auch schon interessant, also im Islam ist auf der einen Seite Wein verboten, und auf der anderen Seite gibt es aber eine reiche Tradition der Weinpoesie. Und wenn wir uns hier das Gedicht anschauen, Abu Nuwas lebte im Bagdad des 8. und 9. Jahrhunderts, also zu der Zeit in Bagdad, in der Bagdad fast eine Millionenmetropole war, in der die Märchen von Tausend einer Nacht geschrieben wurde, Bagdad mit einer der größten Städte der Welt zu dieser Zeit war, eine globale Metropole. Abu Nuwas war in gewisser Art und Weise ihr Chronist, der am Hof verkehrte, aber eben auch in den Weinschenken der Stadt und Weingedichte geschrieben hat, aber eben auch sehr viele Gedichte zu homoerotischem Begehren. Hier sieht man auch schon, den Wein trägt ein effeminierter, ich werde später da mehr dazu sagen, in Frauenkleidung, dessen Schläfen Moringa-Duft trägt, er küsst die Trinker, während er sich flink unter uns bewegt, mal ist er unser Lustgarten für unsere reifen und steifen Hengste, mal ist er unser Schenker, also ein Weinschenker und Narzisse. Wir haben sehr viele dieser Gedichte, die zum Teil auch noch mal wesentlich, wesentlich deutlicher werden. Diese Gedichte geben uns Einblick, wie vor allem urbane Ober- und Mittelschichten über Sex und Geschlecht dachten, und zwar männliche urbane Ober- und Mittelschichten. Moderne Vorstellungen von Homo- und Heterosexualität oder Cis- und Transgeschlechtlichkeit spielen in diesen Texten keine Rolle. Stattdessen wird sehr oft unterschieden zwischen erlaubten Formen von Schwärmerei und sexueller Lust. In der Liebe eines Mannes, und jetzt wird es auch wieder spannend, auch theologisch spannend, sowohl zu schönen Frauen wie auch zu Jünglingen spiegelt sich seine Liebe zur endlichen, unendlichen Schönheit Gottes wider. Also in gewisser Art und Weise ist die Schönheit von Frauen, aber auch von Jünglingen ein Beweis für die Schönheit der Schöpfung und damit eben auch ein Gottesbeweis. Oft richteten Autoren Gedichte sowohl an Frauen als auch an Jünglinge, Objekte, Begierde, Wahn, das will ich auch hier benennen, oft auch Sklaven oder Menschen, die in ökonomischer Abhängigkeit zu ihnen standen. Im Kontext von gleichgeschlechtlichem, penetrativen Sex unterschieden die Zeitgenossen dabei klar zwischen einem penetrierenden und einem penetrierten Partner. Stand eine Person im Ruf, die letztgenannte Rolle einzunehmen, so konnte dies, auch wenn es nicht zu gerichtlichen Verurteilungen kam, doch schnell den Ruf der betroffenen Person beschädigen und ihre Männlichkeit infrage stellen. Und vor allem, was es noch schwieriger gemacht hat, war, wenn es Beziehungen gab, die nicht klar einzuordnen waren. Und da gibt es eine ganze Gedichtgattung von, man nennt diese apologetische Bartwuchs-Epigramme. Das heißt Gedichte, die in irgendeiner Weise begründen, warum der Autor dennoch noch eine Beziehung mit seinem Geliebten aufrechterhält, obwohl diesem Geliebten mittlerweile ein voller Bart gewachsen ist. Weil das war ein klassisches Zeichen dann von Männlichkeit. Also wenn der Partner ein Vollbart trägt, dann ist er ein richtiger Mann. Das heißt, ungefähr ab 25. Das heißt, alles vorher war sozusagen, war die Beziehung noch legitim. Ab dem Zeitpunkt, wenn es nicht mehr klar zuzuordnen war, wer der penetrierende, wer der penetrierte Partner ist, wurde es schwierig und es musste begründet werden. Man sieht jetzt auch in diesem Gedicht hier zum Beispiel von Al-Hariri, Sie sagten, als sie sahen, wen ich liebe, dass ihm der Bart wächst, willst dich nicht verdrießen. Sie sind ja blind, wenn sie die Sache recht besäen, wie schnell sie ihren Tadel ließen. Denn wer in kahler Gegend Heimat fand, der zieht nicht fort, wenn Frühlingsblumen sprießen. Also Frühlingsblumen als eine Metapher für Bartwuchs. Wir sehen hier also dann doch ein sehr, sehr unterschiedlicher Zugang vielleicht zu heute und ganz andere Fragestellungen, was Geschlechterordnung angeht. Und gleichzeitig haben wir eben auch Quellen zu Intimhandlungen zwischen Frauen. Also wir haben hier zum Beispiel Ali Randour, auch Professor für Islamische Theologie an der Universität Münster, hat auch ein Buch geschrieben, Liebe Sechsen Allah, das sehr unterhaltsam geschrieben ist, ist im Zia Beck Verlag erschienen, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Und er zitiert auch eine arabische Quelle, die ich jetzt hier einfach mal in der Übersetzung von ihm vorstelle. Einmal sang sie vor dem Kalifen Mamun und endete die erste Zeile, also eine Sängerin am Hof, welche im Originaltext Nichts ist köstlicher als das Liebesversprechen hieß. Und sie endete die erste Zeile in Nichts ist köstlicher als die Tribadie. Tribadie, also eine Form von einem reibenden Kontakt zwischen Frauen, einem Intimen. Darauf stellte der Kalif seinen Weinbecher beiseite, drehte sich zu ihr und sagte, oh nein, das Ficken ist früher war köstlicher als die Tribadie. Also auch hier sehen wir, das ist eine klassische höfische Beschreibung aus dem 9. Jahrhundert. Dadurch, wir haben diese Quelle überliefert. Auch das gibt uns wieder einen Einblick, wie hat man denn am Bagdader Kalifenhof tatsächlich über Sex gesprochen. Und wir sehen, es gab diese Debatten auch zur Fragestellung. Also zwischen, also auch Sex zwischen Frauen wurde thematisiert. Und gleichzeitig noch spannender ist, dass auch Geschlechtergrenzen in unterschiedlicher Art und Weise gezogen wurden. Und zwar bis heute wurden Geschlechtergrenzen, werden Geschlechtergrenzen in anderer Form gezogen. Wir sehen hier auf dem ersten Bild von diesen Vieren die Miniatur eines operativen Eingriffes in den Intimbereich aus dem 15. Jahrhundert. wahrscheinlich eine Kastration oder ein Eingriff im Kontext einer Person, die wir vielleicht heute als intergeschlechtlich beschreiben würden. Also das sind unsere heutigen Grifflichkeiten, die man sehr schwer auf diese Zeit anwenden kann. Gleichzeitig sehen wir ein Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert einer ägyptischen Person, die im Bereich des Tanzes beschäftigt war, der bei Geburt die männliche Geschlechtsidentität zugeschrieben wurde, die aber später sich als Chawal, also auch als effeminierte Person, auftrat. Und noch zwei, eine Abbildung eines schwarzen am Osmanischen Hof und eines der letzten Oinuchen der Grabesmoschee des Propheten in Medina. Und Oinuchentum ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element, um Geschlechtergrenzen in muslimischen Gesellschaften zu verstehen. Form institutionalisierten Oinuchentums und sogenannte Effeminierte, auf Arabisch Muhannasun, waren wichtiger, zentraler Bestandteil des Nachtlebens muslimischer Metropolen, aber sie hatten auch noch ganz andere soziale Aufgaben. Sie fungierten oft in unterschiedlichen sozialen Rollen, zum Beispiel als HeiratsvermittlerInnen. Oinuchen hatten die Möglichkeit, zwischen Sphären von Männern und Frauen zu wandeln und nahmen oft wichtige Rollen ein, zum Beispiel im Kontext von Hof- und Haremsverwaltung. Das heißt, wir wissen eben, dass dieses dritte Bild eines osmanischen Hof-Oinuchen oft ganz, ganz leitende Funktionen in der Hofverwaltung inne, gerade weil man Oinuchen dadurch, dass sie keine eigenen Kinderzeugen zugeschrieben hat, dass sie sich nicht selbst bereichern für sich und ihren Nachwuchs, sondern loyal sind dem Kalifen oder Sultan oder Herrn gegenüber. Man hat sie natürlich logischerweise eingesetzt in der Haramsverwaltung. Gleichzeitig hat man ihnen aber auch, weil sie eben nicht verheiratet waren, keine Kinder hatten, auch bestimmte religiösen Aufgaben übertragen. Deswegen eben dieses letzte Bild, dass wir über Jahrhunderte wissen, dass in der Grabesmoschee von Medina, aber eben auch in Mekka Oinuchen eingesetzt wurden. Jetzt ist die Frage, ja gut, Oinuchen, also was hat das jetzt genau mit geschlechtlicher Vielfalt zu tun? Das Spannende ist, wenn wir uns die Quellen anschauen, dass Oinuch seinen muslimischen Gesellschaften der Vormodelle nicht unbedingt hieß, tatsächlich kastriert zu sein, sondern dass es ausreichte, als sozial kastriert in gewisser Art und Weise zu gelten. Und hier jetzt dann auch ein Zitat aus einem sehr, sehr spannenden Artikel, der verschiedene Quellen aufarbeitet, auch wieder zu Geschlechtsrollen, Wechsel in frühen muslimischen Gesellschaften, der hier zum Beispiel klar macht, in umayyadischer Zeit, also umayyadische Zeit ist circa von 660 bis 750, ganz grob, also eine Dynastie, eine arabische Herrscher-Dynastie und in dieser Zeit wird beschrieben, dass eben eine Gruppe von männlichen Sängern und aber hier werden sie als Transvestiten bezeichnet, in arabischen Quellen eben als effeminierte Sänger und Musiker in Medina lebten, sehr sichtbar waren und dann eben selbst von Mohammed und später dann eben auch von seinen nachfolgenden Kalifen zum Teil kritisch beäugt wurden. Warum? Weil man eben feststellte, viele dieser Menschen, die als effeminierte auftraten, das heißt weibliche Kleidung angelegt hatten und als nicht zeugungsfähig galten, also denen man in kastriert sein zuschrieb, waren überhaupt nicht kastriert und einige von diesen Muhanasun waren tatsächlich verheiratet und das ist auch etwas, was man bis heute zum Beispiel noch in Pakistan hat, dort gibt es ja auch Menschen, die einem dritten Geschlecht, mittlerweile anerkannten dritten Geschlecht angehören, Hawajah-Jah-Zirah-Community in Pakistan, in Indien Hijra und es gibt tatsächlich einige dieser Hawajah-Zirah- Hijra, die verheiratet sind und Kinder haben und in gewisser Art und Weise zwei Leben leben, also ein Leben als Familienvater und ein anderes Leben in dieser Hawajah-Jah-Zirah-Community und das ist etwas, was wir auch schon sehr früh vorweisen können für muslimische Gesellschaften. Wie wurde das denn jetzt nochmal genau religiös legitimiert? Es wurde tatsächlich religiös legitimiert und zwar durch eine Sure des Koran, die sagt und zwar Anur, das Licht, eine sehr wichtige Sure, die eigentlich Frauen sagt, wem sie sich unverhüllt zeigen dürfen und wem nicht hier in diesem Punkt und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, hier ist jetzt eine Aufzählung und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Schamhüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten und so weiter, bis wir zu dem Punkt kommen, in dieser Aufzählung und eben auch denen, die ihre rechte Hand besetzt, drittletzte Zeile, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben und den Kindern. Das heißt, auch im Koran wird schon eine Gruppe von männlichen Gefolgsleuten, die über keinen Geschlechtstrieb mehr verfügen, erwähnt. Das wurde eben jahrhundertelang dazu benutzt, zu legitimieren, warum Menschen, die wir heute, die als Muhanna-Suhn im Arabischen bezeichnet wurden, als effeminierte, sich Frauen nähern dürfen und damit natürlich auch wichtige soziale Funktionen einnehmen konnten. Genauso haben wir aber auch überliefert, dass es auch Geschlechterpluralität in die andere Richtung gab. Auch hier wieder eine Quelle aus einem Artikel Institutionalized Transfascism at the Khalif Accord in Medial Baghdad, in der beschrieben wird, dass die Mutter des Kalifen Al-Amin vor einem Problem stand. Kalif Al-Amin war vor einem Jüngling hingezogen. Die Mutter war verzweifelt, weil er keine Kinder gezeugt hat, weil er sich eben nur zu Jünglingen hingezogen gefühlt hat und sie kam auf eine List und die List war, Sklavin, junge Sklavin als Jünglinge zu verkleiden und ihm zuzuführen. Das hat tatsächlich funktioniert. Khalif Al-Amin hat mit diesen Sklavin dann Kinder gezeugt und das hat dazu geführt, dass das dann wiederum zu einer Hofmode wurde. Das heißt, dass sich andere junge Frauen am Kalifenhof von Baghdad sich wie Jünglinge gekleidet haben, weil es dann ein Modetrend wurde. Auch hier haben wir ein Gedicht von Abu Nuwaz, der zum Beispiel auch hier wieder darstellt, dass diese Volamiat, wie sie bezeichnet wurden, also diese jungen Frauen dann, die sich in der Art von Jüngling gekleidet haben am Kalifenhof, zum Teil auch dann männlich zugeschriebenen Sportarten nachgegangen sind, wie zum Beispiel Bogenschießen oder Polo, männliche Kleidung trugen und sich auch in anderer Weise wie junge Männer verhalten haben. Was sagen uns jetzt diese Quellen? Wenn wir jetzt hier auch nochmal zum Beispiel auf andere Formen von Geschlechtswandel und Vielfalt schauen. Wir haben hier zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel aus dem Balkan, sogenannte Burneschas. Das ist das zweite Foto oben, also diese Person mit dem weißen Hemd und der schwarzen Hose, von denen wir wissen, dass es im osmanischen Balkan üblich war, dass junge Frauen den Schwur zur Jungfräulichkeit ablegen konnten und den Schwur zur Übernahme einer sozialen männlichen Rolle und zwar in Front der Stammesältesten ihrer Stammes. Danach wurden oft männliche Pronomen für sie benutzt. Sie trugen männliche Kleidung, hatten männliche Privilegien wie zum Beispiel das Tragen von Waffen, durften Alkohol trinken, haben männliche Arbeit und Aufgaben übernommen und hatten das Recht, ein Haushaltsvorstand zu sein. Was war der Kontext? Gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen kam es sehr oft dazu, dass ein Stamm oder eine Familie viele Männer verloren hat und dann konnte sich ein Stamm oder eine Familie entscheiden, wenn es zu wenig Männer gab, Töchter zu Söhnen zu machen, die dann wichtige männliche Aufgaben in einer geschlechtergetrennten Welt ausüben konnten. Auch hier natürlich heute ist das in Albanien, vor allem für Albanien belegt oder in Kosovo heute kein großes Thema mehr und auch hier haben wir jetzt die letzte Generation von diesen Burneischas, die eben heute noch leben, die ihr ganzes Leben unverheiratet geblieben sind und aber in einer männlichen sozialen Rolle auftraten. Wir haben auch noch andere Kontexte, in denen es zu Geschlechtswandel kam, zum Beispiel im Kontext von religiösen Praktiken im Sufi-Kontext, in denen Frauen eine männliche Rolle annehmen konnten und was wir auch hatten, ich habe hier sehr viel über Schönheitsideale gesprochen, dass Jünglinge als attraktiv galten. Ich habe unten nochmal zwei Fotos aus dem persischen Katschanenhof, aus dem persischen Harem des 19. Jahrhunderts, wo überliefert ist, dass es im 19. Jahrhundert eine Mode gab, für Frauen im Harem den Schönheitsidealen eines Jünglings nachzueifern. Das heißt, wir sehen hier Personen, die sich aktiv ihren Damenbart und eine Monobraue geschminkt haben, weil das als attraktiv galt, weil das Schönheitsideal des Jünglings auch für Frauen galt im späten 19. Jahrhundert im Iran. Es ist belegt, dass eben das Nachschminken des Damenbartes und das Nachschminken der Monobraue das tatsächlich als schön galt. Wir sehen hier offizielle mit die ersten Fotos, die wir überhaupt aus einem Harem haben, die gemacht wurden im späten 19. Jahrhundert und diese Hofdamen wollten sich so darstellen lassen. Also so, wie man sie hier auf dem Foto sieht, so wollten sie dargestellt werden. Das galt auch als schön, als elegant. Das ist keine Alltagskleidung oder irgendwie out of bad look, sondern es ist ein repräsentatives Foto. Diese Frauen wollten so aussehen und sie haben sie extra für diese Fotos eben auch ihre braun und ihren Oberlippenbart geschminkt. Wie kommt es zu diesen Veränderungen? Ich sehe schon, ich spreche so ein bisschen länger, ich werde eine Stunde sprechen, bin jetzt noch nicht ganz durch, ich hoffe, das ist in Ordnung. Die von mir heute vorgestellten vormodernen Beispiele machen deutlich für mich, ich hoffe, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen klar geworden, dass die sexuelle Kultur und auch die Kultur in Bezug auf Geschlecht in muslimischen Gesellschaften außerhalb des heute vorherrschenden Ideals heteronormativer islamischer Geschlechterrollen und Familienbilder zu denken ist. Wir müssen uns von diesen Vorstellungen, die wir heute sehen, ablösen. Wichtig ist aber, dass es mir jetzt nicht darum ging, zu beschreiben, dass vor dem Kolonialismus wir Emanzipation und Freiheitsrechte in muslimischen Gesellschaften hatten. Ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass zum Beispiel gerade aus diesen quasi institutionalisierten Beziehungen zwischen erwachsenen Männern und jungen Männern, dass es sehr oft auch um ökonomisch asymmetrische Beziehungen geht. Das ist sehr klar, wer begehren durfte, wer begehrt wurde, dass die Menschen nicht immer die Wahl hatten, auch in welcher Position sie sich befinden, aber dennoch erlauben diese Quellen einen Blick auf Verhältnisse, also auf Sex und Geschlecht in muslimischen Gesellschaften, das sich sehr stark von dem unterscheidet, was wir eben heute kennen. Und die Veränderungen, die angestoßen wurden, stehen eng mit dem Kolonialismus in Zusammenhang. Doch im 19. und frühen 20. Jahrhundert zog es europäische Reisende in den sogenannten Orient, um der Repression und Brüderie des bürgerlichen Europas zu entfliehen. Die Ablehnung homosexueller Handlung oder nicht geschlechtskonformen Verhaltens im viktorianischen Europa war längst nicht nur ein Phänomen religiöser Kreise, sondern es wurde gesamtgesellschaftlich geächtet und verfolgt im Europa des 19. Jahrhunderts. Noch weit bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein war Homosexualität auch von der Biomedizin, auch von der Psychologie zur Krankheit erklärt, eine Vorstellung, die durch Institutionen wie Militär und Universität gesellschaftlich verbreitet wurde. Nationalistischen Kreisen in Europa galt Homosexualität als ein Übel, das die Reproduktionsfähigkeit und Wehrtüchtigkeit der Nation bedrohe und deswegen auszumerzen sei. Mit dem wachsenden Einfluss europäischer Kolonialmächte geriet die muslimische Welt auch in den Einflussbereich europäischer Moralvorstellung. Es geht nicht nur um eine militärische Kolonisierung, sondern eben auch um den Versuch Europas, muslimische Gesellschaften zu transformieren, auch auf der Ebene des Familienlebens und der Sexualnormen. Die Kolonialherren verbanden die Kontrolle über die angeeigneten Gebiete oft mit einem zivilisatorischen Sendungsbewusstsein. Die Sichtbarkeit Mann-männlicher Intimität oder effeminierter Männer dient den Europäern als Beweis für eine Passivität und Dekadenz muslimischer Gesellschaften, die nur durch den zivilisatorischen Einfluss des viktorianischen Europas zu korrigieren sei. Also hier auch ganz kurz noch zwei Quellen, wo wir sehen zum Beispiel aus dem 18. Jahrhunderten Reisebericht, in dem zum Beispiel ein Autor schreibt, Oder auch hier auch eine Quelle, in dem zum Beispiel dann diese Sichtbarkeit in arabischen Gesellschaften mit den alten Griechern und Persen verglichen wird. Die Europäer waren entsetzt. Sie sahen das als ihre Aufgabe, das zu unterbinden. Gleichzeitig löst das aber auch nochmal einen anderen Prozess aus. Die militärische, technologische und auch wissenschaftliche Überlegenheit Europas führte auch in muslimischen Gesellschaften zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Europa. Vor allem für große Teile der engen mit Europa in Austausch stehenden Oberschicht. In Nordafrika bis Südasien wurde das europäische Bürgertum zum Vorbild. Das heißt, man wollte aussehen wie Europäer. Man wollte sich verhalten wie Europäer, sich kleiden wie Europäer und eben auch auf die Ebene des Familienlebens und der Körperlichkeit hinein. Und man sieht hier dann eben erst mal die ersten arabischen Reisenden nach Europa, die eben auch festhalten, hier zum Beispiel Flirtation, Romance and Courtship for them, also die Europäer, only takes place with women for they are not inclined to boys and young men. Rather, that is extremely disgraceful to them. schreibt ein Reisender aus den 1830er-Jahren. Also auch ihm fällt auf, er reist nach Europa, okay, hier ist etwas anders. Und gleichzeitig, was aber auch beginnt, ist dann durch die europäische Kolonialisierung, dass sich auch Körperbilder ändern. Man setzt sich stärker mit dem Körper auseinander in muslimischen Gesellschaft und man setzt den Körper auch stärker in Beziehung zum Beispiel zu abstrakten Ideen von zum Beispiel von Nationen. Also diese Idee, die auch Europa hat, dass im Nationalismus es auch um gesunde, werttüchtige Körper geht, dass Nationen im Wettstreit um gesunde Körper und auch körperliche Höchstleistungen sich befinden. Das ist ja auch die Zeit, in denen zum Beispiel die Olympischen Spiele reaktiviert werden. Auch das wirkt sich auf muslimische Gesellschaften aus, die eben die Abwertung bestimmter sexueller Verhaltensweisen aus Europa übernehmen und zwar nicht nur säkulare Kreise, sondern auch die islamische Gelehrsamkeit. Also auch die islamische Gelehrsamkeit setzt sich intensiv mit der Überlegenheit Europas auseinander und greift eben bestimmte Vorwürfe, die die Europäer gegen muslimische Gesellschaften richten auf und sagen, ja, die Europäer haben hier recht, wir sind tatsächlich dekadent und sexuell zügellos und wir müssen uns wortwörtlich reformieren, also zum Ursprung, zu unseren Wurzeln zurückkehren, das steckt ja auch im Begriff Reform, im Arabischen ist es dann Usulia, also zurück zu den Wurzeln des reinen Islam und imaginieren eine Zeit des Propheten, in dem es das alles nicht gegeben hätte, ja, also diese berühmten Fundamentalisten, ja, also da steckt ja auch Fundament, also zurück zu den Fundamenten, sind auch diejenigen, die dann eben sehr stark islamische Sexualnorm imaginieren, die es angeblich gegeben hätte, historisch wissen wir, sie hat es nie gegeben, aber diese Vorstellung der islamischen Reform von einer reinen islamischen Sexualität, die zum Beispiel eben keinen Sex zwischen Männern kennt und, 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 die auch keine Transgeschlechtlichkeit kennt oder keine Überschreitung von binären Geschlechterordnungen ist heute im Islam sehr, sehr weit verbreitet. Interessanterweise wurden diese Gedanken aber eben aus Europa, also diese Vorstellung von einem binären Geschlecht, von Homosexualität und Heterosexualität sind eben Ideen des 19. Jahrhunderts, die im Reformprozess des Islam im 19. Jahrhundert islamisiert wurden, die aber mit der sozialen Realität muslimischer Gesellschaften vor dem Kolonialismus fast nichts gemein haben, also wirklich nur punktuell religiöse Debatten, was verboten ist im Kontext von Sex, aber eben nicht diese kategorialen Vorstellungen von einer Kriminalisierung von Homosexualität oder zum Beispiel von Regenbogenflaggen oder 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 das sind natürlich Vorstellungen, die wir in klassischer muslimischer Zeit nicht finden. Heute beobachten wir und da kommen wir vielleicht zum Abschluss wie ich bereits am Anfang gesagt hatte ein Backlash gegen sexuell und geschlechtliche Vielfalt nicht nur in muslimischen Gesellschaften das ist mir auch nochmal wichtig sondern wir sehen wir können ein globales Phänomen beobachten das betrifft evangelikale Gruppierungen in den USA Kampagnen für LSBTIQ Freizonen in Polen gegen Gender Studies und Queere Bildung jetzt in Ungarn gegen LSBTIQ Sichtbarkeit in Russland und all diese Bewegung eint eine Vorstellung nämlich dass die gelebte Vielfalt von Geschlecht und Lebensform jenseits heteronormativer Geschlechterordnung eine fundamentale Bedrohung von Familie für Familie Gesellschaft und Nation darstelle so ist es nicht überraschend dass auch viele LSBTIQ hier in Deutschland die Vorstellung teilen der Islam aber zum Teil auch das Christentum sei inhärent homo und trans feindlich LSBTIQ die sich in Europa auch hier in Deutschland als religiös verstehen stoßen oft in LSBTIQ Kontexten auf Unverständnis und Ablehnung man kann sich überhaupt nicht vorstellen warum Menschen LSBTIQ und religiös sein wollen sehr oft wird es als Widerspruch wahrgenommen aber es gibt eben auch Gegenbewegungen es gibt auch unter muslimischen Queers mittlerweile Vernetzung in Deutschland gibt es Debatten unter Migranten Verbänden gerade diese Quellen die ich jetzt heute gezeigt habe werden eben heute von neuen strömischen muslimischen LSBTIQ Aktivismus aufgegriffen es gibt zum Beispiel Organisationen hier zum Beispiel das Maudjudin Queer Film Festival in Tunesien das ich vor zwei Jahren besucht habe das immer wieder auch Themen von Kolonisierung und Dekolonisierung aufgreift es gibt dieses AX Film Festival das ist ein und Festival das ist ein das sind jetzt oft Film Festivals aber das sind eben auch Festivals die dann auch nochmal durch Debatten durch Diskussionen und andere Veranstaltungen sehr breite Communities einbeziehen das AX Festival zum Beispiel findet wird gemacht von Queeren Muslim in sowohl in Dänemark als auch in Pakistan und findet eben auch in Lahore und Karachi statt die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen was ist denn eigentlich was hat sich verändert wir als in Pakistan zum Beispiel jetzt als Hawajazira Community also diese Community die ein drittes Geschlecht ein dritten Geschlechtseintrag hat oder eben auch ein drittes Geschlecht vertritt bezieht sich schon im Namen Hawajazira heißt Hof Oinuch auf eben diese diese vorkoloniale Zeit die sich sehr stark damit auseinandersetzen wie warum sich eben jetzt im Moment gerade in muslimischen Gesellschaften gerade auch aus religiöser Sicht LSBTIQ Menschen abgelehnt werden und die bewusst diesen Rückgriff auf die Vergangenheit machen sich sehr intensiv mit Gedichten mit anderen Quellen auseinandersetzen umzuzeigen wir sind kein dekadenter Identitätsimport aus dem Westen sondern uns hat es schon immer in diesen Gesellschaften gegeben wir sind inhärenter Bestandteil der Kulturgeschichte dieser Gesellschaften wir gehören dazu und wir lassen uns auch nicht aus der Geschichte muslimischer Gesellschaften herausschreiben und ich glaube diese Rolle die diese Quellen für queere muslimische LSBTIQ Bewegungen heute haben sind nicht zu unterschätzen weil wir eben uns in einer Debatte befinden in der politische Kämpfe im Moment in vielen Kontexten über die Deutungshoheit der Vergangenheit geführt werden also um zu definieren was ist denn eigentlich wirklich muslimisch oder was ist wirklich das können wir jetzt auch russisch was ist wirklich die ungarische oder polnische Kultur dass in diesem Kontext diese Quellen unglaublich wichtig sind sehr stark retribiert werden und dann auch ermöglichen Engführung von Tradition und dieses Bild was Sie am Anfang auch angesprochen haben eines innerent konfliktären Verhältnisses von Islam und geschlechtlich und sexueller Vielfalt aufzulösen und hier möchte ich dann gern in die Diskussion überleiten vielen Dank dass Sie doch ein bisschen länger zugehört haben da habe ich ca. 50 Minuten